Der EuGH ist das Gericht der Gegenseite und das Gericht der Gegenseite ist nicht parteuneutral. Und wenn es natürlich um irgendwelche normalen juristischen Probleme geht, spielt das vielleicht keine Rolle. Aber wenn es um grosse Dinge geht, wo auch Politik hineinspielt, so spielt das Vorverständnis eine Rolle. Und da macht es einen Unterschied, ob ich das Gericht der einen Seite bin oder nicht.